Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder bei euch, wie ihr sehen könnt, mal in einem anderen Outfit. Ich bin heute hier einmal mehr in Zwickau, in der Stadt, in der ich lebe. Und zwar in einer ganz kleinen Gartenanlage, die sich da nennt Pauluspark. Ich habe hier vor, keine Ahnung, 15, 20, ich denke eher 20 oder fast schon 25 Jahre, ich weiß es nicht. Also es sind über 20 Jahre, denke ich mal, habe ich hier die ersten Auftritte mit meinem damaligen Bühnenpartner als Gina und Mandy mit absolviert. Wir waren damals hier sehr, sehr viel gewesen und man war ja damals auch froh, dass man irgendwo spielen konnte. Und dann ging es mit uns beiden ja erstmal so richtig bergauf. Dann hat sich hier in der Gartenanlage in diesem, ja, lokal einiges verändert gehabt und warum auch immer. Ja, Dinge gehen verschütt, sagen wir es mal so. Und jetzt vor, wir wissen es gar nicht mehr genau, fünf oder sechs Jahren, also ich schätze eher sechs Jahre, kamen dann die jetzigen Betreiber wieder auf mich zu und haben gesagt, Mensch, kann das sein, dass du das damals gewesen bist mit deinem Bühnenpartner hier? Und ich sage, ja, vollkommen richtig. Und so bin ich jetzt seit, wie gesagt, wir schätzen sechs Jahren wieder hier regelmäßig zum Auftritt in Zwickau, Gartenanlage, Pauluspark. Ich bewerbe das übrigens nicht, auch nicht auf meiner Internetseite. Zum einen, sind wir mal ganz ehrlich, wer möchte denn schon gerne irgendwo einen Auftritt in der Gartenanlage bewerben? Klingt komisch, ne? Macht man nun gerne. Und das Zweite ist natürlich, ich brauche es auch nicht bewerben. Jedes Mal, wenn wir hier spielen, ist die Bude brechend voll und das über mehrere Tage. Es ist gar nicht nötig, so etwas zu bewerben. Und mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen distanzierter. Eigentlich sagt man, man möchte für sowas nicht Werbung machen, aber auf der anderen Seite, Kinder, ich muss euch eins sagen, ich habe das im letzten Video schon gesagt, das eine ist auf einer großen Bühne zu stehen, das andere ist aber so mitten zwischen den Leuten fast zu stehen. Es ist hier auch sehr, sehr klein, also viel Platz ist nicht unbedingt. Und die ersten Gäste neben mir, die sitzen circa einen Meter neben mir, nach der anderen Seite, naja, anderthalb, zwei Meter vor mir habe ich ein bisschen Platz. Es ist wahnsinnig gemütlich. Wir haben einen irrsinnig tollen, gestrigen Showabend hier gehabt. Es hat mega Spaß gemacht. Also hier sind einige Dinge passiert, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Also ich habe teilweise selber so sehr lachen müssen über die Gäste. Also es ist wirklich, wirklich schön. Und wie ich auch schon beim letzten Video gesagt habe, ich liebe wirklich diese kleinen Shows, weil die so wahnsinnig persönlich sind. So, und jetzt komme ich zum springenden Punkt oder zum hüpfenden Komma, wie auch immer, warum ich euch das Video drehe. Es gibt übrigens schon einige andere Videos und Fotos von mir. Nur mal so nebenbei, vielleicht blende ich so nebenbei mal noch ein kleines bisschen was ein. Gestern kam der Chef der Gartenanlage hier auf mich zu und hat gesagt, Geschäftsmann pur, es gibt ein Buch über unsere Gartenanlage und zwar 90 Jahre Pauluspark. Ich habe es ja schon in der Hand und zwar dieses. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal eben kaufen. Da habe ich gedacht, der Mann ist aber verdammt clever. Und da habe ich zu Jürgen gesagt, den Spieß drehen wir um. Und da habe ich gesagt zu ihm, es gibt auch CDs von uns zu kaufen. Kannst du auch kaufen. Oder Tausch, Buch gegen CD. Das haben wir dann in dieser Form so gemacht. Das Besondere, und ich möchte es euch einfach mal zeigen, es gibt natürlich, ganz klar für so eine kleine Gartenanlage, es gibt natürlich gar nicht so viele Exemplare. Sage ich jetzt was Richtiges? 300 Stück? 300 Stück von diesem Buch gibt es. Also insofern ist es auch schon eine kleine Seltenheit. Was es für mich so besonders macht, also es ist wirklich mit Inhaltsverzeichnis. Also da hat sich wirklich jemand ganz viel Mühe gegeben. Und wirklich von frühestern, ja, wo sie liegt mit Karte, die Gartenanlage. Also von klein auf, von der Entstehung, übers Umfeld und so weiter und so fort. Und er kam zu mir und sagt, ich muss dir unbedingt was zeigen. Jörg, hast du eine Ahnung? Oh, nimm mal bitte. Und deswegen habe ich natürlich das Buch dann auch gekauft. Und das fand ich so klasse. Ich bin auch in dem Buch drin. Und da habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Es gibt ja viele Kollegen, die haben von sich selbst Bücher. Die haben sie schreiben lassen. Mary, gib mir das wieder. Dankeschön. Mary natürlich von an. Von Mary gibt es zwei. Von Bodhi gibt es drei. Es gibt, ach je, ich habe auch von meinen Kollegen Bücher zu Hause, die sie haben selber schreiben lassen, etc. Das ist aber was anderes. Wenn man ein Buch über sich selbst schreibt, dann macht man das einfach und gut ist. Aber ich finde es so toll, dass in einer kleinen Gartenanlage, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich hier über die Jahre so oft aufgetreten bin, dass ich ein Teil dieser Gartenanlage bin zum Jubiläum, zum 90-jährigen Jubiläum des Bestehens. Es gibt ja keine Jubiläumsfeier oder so, aber zum 90-jährigen Bestehen gibt es einfach dieses Buch. Und ich zeige euch mal, das ist ein Plakat gewesen hier. Und da hat man das reingeschrieben, hier hat man das Plakat genommen und hier ist noch ein bisschen Text dazu von wegen, was hier so in diesem Restaurant passiert. Und der Herr sagt, ich finde das so klasse. Hier geht es nicht einfach um Blumen und um die Leute, die hier den Garten haben und die Geschichte, sondern ich darf einfach hier mit teilnehmen, weil ich schon so viele Jahre bin und bin ein Stück weit dabei. Und das hat für mich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mehr Gewicht, als würde es ein Buch über mich selbst geben. Einfach zu sehen, wie viel Liebe und Ehrfurcht und Freude die Menschen an einem haben, dass sie mich mit meinen Veranstaltungen hier drin mit an ein Buch reinnehmen, wo ich rein theoretisch gar nichts drin zu suchen habe. Das finde ich so klasse. Habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut. Und ja, das wollte ich euch eigentlich mitteilen. Ansonsten, ach ja, es gibt noch was Neues. Ach, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Heute kam mal wieder eine Reihe neuer Glitzersteinchen. Jubel, Jubel, ich habe die Dinge ausgepackt und habe festgestellt, falsche Farbe. Naja, egal, wieder eine falsche Farbe, aber ein paar mehr macht nichts. Und ich habe, ja, endlich eine neue Nähmaschine, eine computergesteuerte. Ist ja heute schon gar nichts Besonderes mehr, aber ich habe sie jetzt endlich mal. Also eine tolle Nähmaschine, die surgt ganz leise vor sich hin. Ich habe sie, bevor ich hierher gefahren bin, ganz kurz angemacht. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich hoffe natürlich, dass sie mich in meiner Begeisterung, in der ich hier stehe und spreche, dann nicht im Stich lässt. Meistens Dinge, die man lobt, gehen dann schnell kaputt. Ich hoffe, sie bleibt mir lieb und treu. Also ich liebe das Ding jetzt schon, obwohl ich sie nur 10 Minuten probiert habe. Jörg sitzt hier hinten auf dem Stuhl, verdreht schon wieder die Augen, so wie ich es sehen kann und guckt nebenbei auf die Uhr. Weil ich muss mich, ja, wie immer, wenn ich Video drehe, ich muss mich ganz sehr beeilen, schnell umziehen. Die Gäste draußen, die warten schon auf mich mit Sehnsucht. Wir sehen uns bald wieder. Genießt das schöne Wetter. Wir hatten heute 25 Grad. Ich habe gedacht, meine Güte, irgendwas läuft doch hier schief. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, macht's gut. Euer Gina. Tschüss. Tschüss. �